So, Hallöchen, Hallöchen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Final Fantasy. Wir sind jetzt bei Part 130. Und ich möchte euch nur kurz einen kleinen Tipp geben. Solltet ihr von eurem PC oder, keine Ahnung, zufälligerweise irgendwo eine Tastatur rumhängen haben, dann empfiehlt es sich, diese Tastatur für dieses Spiel zu verwenden, weil... Also ich weiß nicht, ob man das ganze Spielgeschehen dann so auf PC-Basis in Anführungszeichen umstellen kann. Das habe ich jetzt noch nicht nachgeguckt, aber der Vorteil ist, mit der Tastatur lässt es sich viel schneller schreiben. Wenn ihr dann in einem Dungeon seid, könnt ihr mit den Leuten viel besser kommunizieren und so. Das ist super praktisch. Also ich kann es jedem nur ans Herz legen. Mein Mauszeichen nervt mich. War das eigentlich schon immer da? Ich weiß es gar nicht. Gerade im Moment... Man kann auch eine Maus anstecken, ist auch praktisch, wenn man in einem Dungeon ist, weil man dann schnell auf das Beutegut klicken kann. Nur so nebenbei. Sind die Monster auf den unteren Pfaden nicht gefährlich? Nun gut. Befehl ist Befehl. Da muss ich doch gleich mal gucken. Da muss ich nämlich aufpassen, dass mir nichts passiert, dass mich da keiner angreift, weil sonst bin ich ziemlich kaputti. Auch mit meinem Level, das ich jetzt habe. Eine gute Entscheidung. Hier am Teich ist sowieso nichts los. Wer sollte sich auch schon hierher wagen? Nur ein Wahnsinniger würde auf die Idee kommen, hier nach einem Adamantai Mai-Ei zu suchen. Ja, ein absolut wahnsinniger Kerl. Aptopo wahnsinnig. Ich möchte mal kurz was ausprobieren. Krackergemüse. Wird im Kommandomenü angelegt. Und zwar hier. Ich möchte mal kurz ausprobieren, ob ich denn meinen Chocobo auch so trainieren kann. Ich glaube es kaum. Nö, natürlich nicht. Okay. Ein Versuch, was wert. Man muss also extra eine Trainingsstätte in Anführungszeichen dafür haben. Auch nicht schlimm. Haben wir bald. Ich verspreche es. Ich werde jetzt auch immer gucken, dass ich von den Leveln her weiter oben bin. Ich werde jetzt ein paar mehr Dungeons machen, weil der Vorteil von Dungeons immer ist, dass man auch gute Sachen bekommt. Die sind jetzt noch nicht so super gut. Aber immerhin besser als das, was ich jetzt momentan bisher getragen habe. Ja. Danke für die Nachricht. Ich werde mich sofort auf den Weg zu den unteren Pfaden machen. Zum Wohl der Pilzsammler. Ich weiß nicht warum, aber mein Mikrofon poppt zur Zeit wohl. Sorry. Ihr wisst ja, was ich meine. Das müssen wir ja nicht länger vertiefen, dieses Gespräch. Oder tun wir einfach so, als gäbe es dieses Gespräch gar nicht. Nein, 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 nein. Ich habe nichts gesagt. Ähm, apropos. Ich weiß jetzt noch nicht genau... Ne, das brauche ich jetzt hier gar nicht sagen, weil... Bis das das online ist, ist vielleicht schon wieder alles ganz anders. Hm, ich werde vielleicht ein extra Video dazu machen. Mal gucken. Wie, wie hatte ich den... Hm, wie hat es... Wie war seine Stimme? Ich weiß es nicht mehr. Die Wachen sind also auf die unteren Pfade verlegt. Dann wäre der Weg zu dem Adamantheimer ja frei, falls... Irgendjemand dort... Irgendwas für einen gewissen Meistergege Ruju besorgen wollte. So, dann will ich auch mal los um ihr ansehen, wie es auf den unteren Pfaden aussieht. Du kommst ja alleine zurecht. Ja. Uh. Uh. Nicht schlecht. Ja. Freie Bahn ins Wurzelmoor. Mann, ich hab echt ne Menge um die Ohren. Die Bewachung der unteren Pfade raubt mir den letzten Nerv. Keine Zeit, das Wurzelmoor zu beobachten. Haha. Also niemand da, um dich bei der Arbeit zu stören. Im Nordosten des Wurzelmoors findest du ein Adamantai-Mai-Ei. Sei gewarnt, dass es auch noch andere auf die Eier abgesehen haben. Aber mit denen wirst du schon fertig werden. Toll. Aber da wir unseren Chocobo ja als Kollegen jetzt hier haben. Ha. Als Kampfkollegen sozusagen. Ich muss übrigens noch gucken, wann ich einen Kampfbegleiter bekomme. Den kriegt man bestimmt auch auf Level 30. Da gucken wir jetzt mal kurz hoch. Ob hier vielleicht auch ein Quest für einen Begleiter da ist. Vielleicht der hier. Fernweh. Nö. Und der hier. Hölzern ist missgeschickt. Nö. Glaub nicht. Freibriefe will ich jetzt auch nicht machen. Das mach ich irgendwann anders mal. Gut, jetzt machen wir erstmal den Quest weiter und ich guck dann nachher mal. Oder frag einfach mal in die Runde. Das ist nämlich viel einfacher, hab ich festgestellt. Weil jetzt hab ich ja ne Tastatur. Haha. Und damit geht's viel schneller. Und besser, natürlich. Ich hab ein großes Adaman-Tai-Mai-Ei gefunden. Du spürst eine feindliche Präsenz. Oha. Hätte ich ja jetzt theoretisch auch vorbeilaufen können. Uah. Jetzt hat er mich erwischt, der Penner. Wie soll ich denn da weg? Oh shit. Jetzt bin ich mega am Arsch. Meine Tastatur ist kaputt. Ich kann... Ich kann... Ich lauf... Ich weiß nicht, wo sie hinläuft. Aber irgendwas stimmt jetzt gerade nicht. Verdammte Schande. Was ist denn jetzt los, Mann? Ich weiß nicht, was das jetzt war. Ich weiß nicht, was das jetzt war. Aber das hat mir gerade alles vernichtet. Und das find ich echt doof. Richtig doof. Muss ich ganz ehrlich gestehen. Das ist echt nicht toll gewesen. Ich weiß nicht, was da jetzt los war. Ich hab wirklich keine Ahnung. Hä? Was ist denn das? Muss ich mal kurz nachgucken. Ähm... Kommandoliste. Das wäre jetzt... War jetzt echt knapp. Du genierst durch deine Attacken... Ach. Ja. Genau. Ich dachte mir schon... Hä? Was geniere ich hier? Also. Heimliche Attacke. Du generierst durch deine Attacken weniger Feindseligkeit. Mh... Okay. Ups. Das war das falsche. Ne, egal. Das ist ja ärgerlich. Ich weiß wirklich nicht, was da gerade mit meiner Steuerung los war. Das war nicht schön. Absolut nicht. Vor allem hätte ich hier schon Erfahrungspunkte kassiert, die ich ja eh nicht brauche. Aber hey. Natürlich muss ich jetzt nochmal gegen das Vieh kämpfen. Steht fest. Ah ne, doch nicht. Okay. Dann nicht. Das ist schon blöd gelaufen jetzt. Aber meine Ma... Also, was heißt Maus? Meine Steuerung hat voll geruckelt und ist genau entgegengesetzt gegangen. Ich weiß nicht warum. Also irgendein Fehler war da. Ich frage mich nicht, was das war. Aber ich bin einfach nur froh, dass ich nicht gestorben bin. Und ja. Was ist denn mit der da? Was bezahlt die mir da? Fernweh. Achso, das haben wir vorher schon angeguckt. Ach da, schau her, die Pilzsammlerin. Hast du im Wurzelmoor auch etwas Leckeres gefunden? Jo. Du hast es also wirklich geschafft. Grandios. Ich werde das Ei an Weißkaet schicken lassen. Gut verpackt, natürlich. Gratuliere, du hast die erste der drei Köstlichkeiten gefunden. Für die nächste solltest du zur vergessenen Oase in Südtanalan reisen. Sprich dort mit Uod. Nun? Er hat früher auch im Herdehalten gekämpft. Oje. Wo müssen wir jetzt hin? Süd... Südliches Tanalan, glaube ich, oder? Südliches Tanalan und zwar... Toll. Die vergessenen Oase nicht harmonisiert. Das, was ich am liebsten höre, lese, was auch immer. Was ist hier? Klein Alamigo. Dann gehen wir halt da hin. Und während ich da jetzt hinreise... Äh... Ne. Besser gesagt, ich schneide es mal raus, während ich... Hä? Hä? Oh! Ich würde sagen, dann gehen wir erst mal da hin, bevor wir da runter gehen. Weil das näher ist. Also, dann gehe ich jetzt mal... Ähm... Zum Jäger des versunkenen Tempels. Vielleicht ist es nämlich wieder ein Dungeon. Das wäre doch... Äh, ich gehe in die falsche Richtung. Upsi. Das andere sieht näher aus. Komisch, oder? Naja. Natürlich hat der von mir einen Drachen. Wieso kann der eigentlich nicht fliegen? Eigentlich sollte er fliegen können. So ein Drache müsste eigentlich schon fliegen können. So, und schon bin ich wieder da. Und deswegen reden wir gleich mal mit Bibimu. Und mein Chocobo ist wieder vor mir. Und ich sehe nicht, ob das ein Typ oder ein Mädchen ist. Naja, könnte geschminkt sein. Ich weiß es nicht. Du stehst vor den Toren des nicht mehr so versunkenen Tempels von Kwan, Abenteurerin. Er wurde einst von den Bewohnern Bella Diaz errichtet, um der Sonnengöttin Azaima zu huldigen. Ein Expeditionskorps ist momentan mit der Erforschung des Tempels beschäftigt, kommt aber nicht so recht voran. Der Tempel ist nämlich gespickt mit Fallen, die Diebe abhalten sollen. Du bist nicht zufällig Expertin im Fallen entschärfen, oder? Einige Abenteurer haben wir schon reingeschickt, aber die meisten waren nach dem Entschärfen der Fallen leider nicht mehr in der Lage, sich ihre Belohnung abzuholen, weil sie nämlich drin steckten. Aber nur zu, wenn du dich traust. Ich werde dich ganz bestimmt nicht aufhalten. Und es ist ein Dungeon! Stufe 35? Was? Den kann ich noch nicht machen. Das ist ja ärgerlich. Toll. Voll umsonst gelaufen. Nicht ganz umsonst, weil wir können jetzt kurz zum, äh, Dingsi laufen. Zum Mutagenix, oder wie der heißt. Der dürfte nämlich, der müsste eigentlich sogar... Oder ist er nicht da? Ich weiß es nicht so genau. Wir werden es gleich feststellen. Hä? Ne, das ist er bestimmt nicht. Hä? Was ist denn hier? Amalger-Händler. Das sind gute Amalger. Sind auf einmal gut, oder wie? Was ist mit dem da? Aha. Okay. Uh. Der sieht aber cool aus. Haben wir denn da? Da ist ein Händler. Ein Händler. Dann erarbeitest du dir. Okay. Das sind wahrscheinlich... ähm, die besonderen Quests, die man bei denen machen kann. Ich habe das nur mal zufällig gelesen, dass man für die einzelnen Völker auch bestimmte Quests machen kann. Ähm, aber so genau wie es funktioniert, habe ich noch nicht nachgelesen. Aber es ist ja schon mal gut, dass wir wissen, wo die sind. Und ja, wir sehen uns gleich wieder. Und ja, wir sehen uns gleich wieder. Alter, sind die auf einmal stark, die Gegner. Die sind alle zehn Level über mir. Das ist sehr gefährlich. Für mich. Das ist ja krass. Und gemein vor allem. Das ist so gemein. Und schon sind wir in der vergessenen Oase, meine Lieben. So sieht die vergessene Oase aus. Wirklich schön, muss ich sagen. Gefällt mir gut. Erstmal harmonisieren. Und, ähm, wir machen im nächsten Part weiter. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Like, kommentiert, abonniert. Bis zum nächsten Part und tschüssi! Bis zum nächsten Mal. Tschüssi! Tschüssi!